wir hatten gerade beim joinen ein bisschen glück hat die und ich meine ich dass wir im ordnungsamt gekommen sind ist noch einer von euch ins ordnungsamt gekommen ist ja nein sehr gut wir machen die jagd auf ordnungsamt gehört das ordnungsamt muss heute sterben können ein bisschen durch kann man ihnen irgendwie helfen wir können hier durch die gegend das ist christian kann bitte entfernen sie sich von diesem gelände aus welchem grund weil die eine sperrzone ist möchte sie bitten bis wohin geht dies vor bis vor zu dieser laterne ist die mülltonne hier ich bringe sie mal hin gar kein problem ach so hier ist ein schild vielleicht steht es da drauf der hier steht doch mein gott ich hab's ganz übersehen was der auto oder so aber alter hat mir einer james ryan hat mir meinen wagen mein mein quad geklaut was ich glaube wir müssen james ryan platt machen wir haben jetzt direkt das ordnungsamt hier am start oder sowas kauf ich bin gerade abgestiegen ich habe keine märz drücken macht james ryan plat wo ist er oder scheiße der ist hier der ist hier am atm beim polizei hauptquartier kommt mal schnell angerannt diese hure check mal ob das quad ihm gehört der hat jetzt sein quad neben dem atm abgestellt das ist ein schwarzes quad was meins war ja genau das steht hier und der typ hat sich verzogen steht am atm in der stadt ist das ein penner hat er mir jetzt geschrieben da haut der einfach ab ich bin sofort guter mann hier james ryan ja uns liegt eine beschwerde vor dass sie offenbar das quad geklaut haben dass ich hier gerade mal bleiben sie stehen ich bin ordnungsamt das ist widerstand gegen die staatsgewalt hören sie mein junger mann so geht das aber nicht das autoritäre stimme das widerstand gegen die staatsgewalt so geht es aber nicht man müsste sagen das authentisches ordnungsamt hat mich reingelegt bleiben sie stehen james ryan zieh das jetzt hier durch jetzt jag den doch mal peter ich renne dem hinterher was willst du von mir ja mach das doch mal was ist denn da los muss ich dir jetzt ich brauche einen donut sonst komme ich nicht vor an hier ohne scheiß warum nennst du dich den ramses nenn ich chief riggum ich wusste ja nicht dass ich ordnungsamt werde das hat zu nix nütze ich glaube ich habe ich habe jetzt echt verloren wenn ich james ryan finde fahr ich hier platt hier am atm in der stadt am arsch ja da steht er nicht mehr das ist ein beschlagnamter hat peter beschlagnamter wie er das zu beschlagnamter jetzt muss ich wieder mit 350 dollar dafür bekomme ich für schlagnamter wie alles junge pick dich peter ich will sofort ins ts.com will sofort ins ts.com mami so peter wollen wir neu connecten oh spaß der server entwickelt sich langsam zu schlecht weißt du mittlerweile kannst du auch keine dietriche kaufen kannst du keine dietrich mehr kaufen wie töte ich mich denn ich geh einfach hier nach oben geh schwimmen ich spring einfach von dem dach runter nein ich will es auf jeden Fall haben oh gott das leben hat keinen sinn mehr da oben ist er da oben steht er da kommt die Polizei Hau da an der Bullen ich werde springen warte warte die kommen zurück da kommen sie zurück Leben hat keinen sinn der oben will sich selber umbringen wollen sie nicht lieber runter kommen ist ziemlich gefährlich was die da oben machen der schnellste liegt mir jetzt einen Schritt nach vorne ja oder sie drehen einfach rum und gehen wie jeder normale Mensch die Treppe runter da ist aber grad schon mein Freund bei gestorben die Leiter runter zu klettern das stimmt sogar los spring doch ich wette du traust dich nicht fuck you leichenflattern 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 das war schon mal ne geile Erzählung das war schon mal ne geile was die 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 Bis zum nächsten Mal.